...dann rauskommt. Einfach im Oktober. Kannst du was sagen? Also, heute hier ist jetzt das Treffen des Wahlteams. Es sind schon viele aktive Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer da. Und es geht darum, dass wir den Wahlkampf der nächsten vier Wochen bis zum 27.09. planen. Also wir wollen halt ganz viele Infostände machen, die aber auch sehr interaktiv angelegt sind, sodass wir viel mit Menschen ins Gespräch kommen. Wir wollen gezielt in Hochburgen ganz viele Steckkampagnen machen. Und wir überlegen auch noch ein paar schöne Aktionen, die öffentlichkeitswirksam sind. Und jetzt geht's auch los mit der Beratung.